Prozent 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 er ist gut auf die ganze Zeit die Partei er hat er noch nicht zu erlangen Prozent was aber toll Prozent wir haben die erlaubten Paktik zu ärgern weil ich gehe da eben Fakt wenn er die Hose aufpacken muss Jaja auch die ja das ist eine Figaroche, keine Blasarette los bügel weiter du Sau haha 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 wie haut ihr? ne geht es nicht ne geht es nicht ne 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 jetzt Bügeleisen ne Sabrine jetzt Bügeleisen, hör auf ihr braucht nur mal falsche dran zu kommen da hätte er sich verbrannt, dann kann man schnell ein Krankenhaus als gesehen nein, das ist heiß ne geh mal vor mein Arsch weg mal alter Schwede, was macht ihr denn so hin? nur Schwede oder was? die haben Probleme da hinten die haben schon ehelkrach die ganze Zeit einfach nur als die Frage Bei den 53.000 Euro, ne? Oh, daaaah!